MTV präsentiert 10 Jahre Eidgenossen.ch Der Dreh- und Angelpunkt für die Schweizer Hip-Hop und Rapkultur hat Geburtstag und lässt es richtig krachen. Bis dabei, wenn sich am 27. Februar die wichtigsten Vertreter der Szene im Zürcher Xtra klinken in die Hand geben. Mit von der Partie sind Cool Savasch und Bandit. Mach mit und raumt Tickets ab oder gib dir den Event ganz chillig im VIP-Bereich. Schreib ein SMS an win34, dein Name und Adresse an die Nummer 363.